Im letzten Video habe ich eine Abbildung verwendet, die auf der x-Achse die kumulativen Emissionen und auf der y-Achse den Weltrisikoindex gezeigt hat. Ich möchte jetzt in einem kleinen Methodenkurs mal zeigen, wie mache ich eigentlich so eine Abbildung. Denn so eine Abbildung ist relativ schnell und einfach selbst gemacht und kann durchaus aussagekräftig sein und die ein oder andere Hausarbeit oder Seminararbeit aufwerten. Im Prinzip beinhaltet das Erstellen so einer Abbildung grob vier Schritte. Zum Ersten muss ich mir natürlich überlegen, was möchte ich eigentlich darstellen. Zum Zweiten muss ich mir Daten suchen, mit denen ich diese Abbildung erstelle und natürlich einen Quality-Check machen. Ich will kontrollieren, was das eigentlich für Daten sind. Dann lese ich die Daten in die Software meiner Wahl ein. Am einfachsten oder am schnellsten geht es hier in Excel, bereite die auf und erstelle dann im vierten Schritt die Abbildung und kann sie dann im fünften Schritt noch ein bisschen aufhübschen und anpassen und das Feintuning machen. Wir gehen jetzt diese vier Schritte einmal zusammen durch. Also was möchte ich darstellen? Als ich die Materialien für diese Videos und den Kurs zusammengesucht habe, bin ich auf diese beiden Karten gestoßen, also den Anteil der kumulativen CO2-Emissionen und den Weltrisikoindex, die haben wir ja schon gesehen und habe mich natürlich gefragt, oh die korrespondieren doch. Welche Beziehungen gibt es zwischen diesen Daten? Das würde mich interessieren, die möchte ich mal einfach in einem Diagramm darstellen, um zu schauen, wie das aussieht. Also habe ich mir überlegt, ich möchte den Anteil an den kumulativen globalen Emissionen auf der x-Achse darstellen und den Weltrisikoindex auf der y-Achse. So, im zweiten Schritt habe ich mir die Daten zusammengesucht und überprüft. Für die Daten zu dem Anteil an kumulativen Emissionen, also die Emissionsdaten, bin ich nochmal auf die Seite gegangen, von der ich diese Abbildung habe, habe mir die Quelle angeschaut und habe mir dann angesehen, wo kommen denn die Daten eigentlich her, die dafür verwendet worden sind. Our World in Data, die Webseite, die diese Karte zur Verfügung stellt, verwendet Daten des Global Carbon Projects. Nun würde man das Global Carbon Project mal im Internet suchen, in die Suchmaschine eingeben und schauen, aha, die haben eine Webseite, was ist denn das genau, das Global Carbon Project? Ich kann schauen, wer steht dahinter. Hier stellt man fest, es ist ein Forschungsprojekt, das eingebettet ist in die globale Klimaforschung und zwar seit vielen Jahren. Es sind sehr klar die Geldgeber benannt. Da würde ich dann sagen, das ist schon ein guter Indikator dafür, dass wir es hier mit einer seriösen Datenquelle zu tun haben. Dann habe ich gesucht, wo man die Daten tatsächlich runterladen kann. kann man und habe die gespeichert runterzuladen, hier als CSV-Datei, also als Textdatei. Das Gleiche habe ich natürlich auch für die anderen Daten gemacht. Ich bin auf die Webseite gegangen, von der die Abbildung zum Weltrisikoindex kommt. Das ist der Weltrisikobericht. Auch da habe ich mir angeschaut, wie kommen diese Daten zustande? Was ist die Quelle der Daten? Da stellt sich raus, der Index ist entworfen von der United Nations University. Aktuell wird er weiter berechnet von der Ruhr-Universität Bochum, vom Institut für Friedenssicherung. Aha, das scheint also auch zuverlässig zu sein. Auch da sind sehr transparent die Methoden angegeben und die Quellen für die einzelnen Bestandteile dieses Index. Das scheint mir also auch seriös und zuverlässig zu sein. Also habe ich mir da auch die Stelle gesucht, wo die Daten runterzuladen sind und habe die gespeichert, hier freundlicherweise schon als Excel-Datei. So, dann kommen wir zum dritten Schritt Daten in Excel einlesen und aufbereiten. Ein bisschen komplizierter ist das für die Emissionsdaten. Als erstes sollte man diese Datei umbenennen, die Endung von CSV auf Text ändern. Da ändert sich am Format der Datei nichts. Es ändert sich aber die Art und Weise, wie Excel diese Daten einliest. Das macht es für uns hier sehr viel einfacher. Dann starten wir Excel und öffnen diese Textdatei, gehen also in Excel, sagen wir öffnen, suchen uns die Datei und müssen rechts unten bei Excel noch angeben, was für ein Dateityp. Sonst findet Excel die gar nicht im öffneten Menü. Müssen wir also da eingeben, Textdatei. Dann klicken wir da drauf und es startet sich ein Textkonvertierungsassistent, um das in das Excel-Format einzulesen. Da müssen wir eigentlich wenig machen. Wir müssen oder wir sollten angeben, ja die Daten haben Überschriften, denn es ist eine Zeile mit Überschriften da drin. Und wir sollten das Komma als Trennzeichen angeben zwischen den einzelnen Spalten. In meinem Excel auf dem Rechner habe ich den Dezimaltrennerpunkt schon voreingestellt. In den meisten deutschen Versionen ist das Komma da eingestellt. Da muss man wahrscheinlich bei der Einstellung noch berücksichtigen oder angeben, dass der Punkt hier das Dezimalzeichen ist. Dann konvertiert Excel das automatisch in eine Form, dass hinterher das Komma richtig da drin steht. So, jetzt haben wir die Daten in Excel vorliegen. Das ist ja schon mal gut. Stellen aber fest, da sind ja alle Jahre dabei. Uns interessiert jetzt erstmal nur das Jahr 2019. Was macht man jetzt? Um es sich einfach zu machen, kann man eine Filterzeile anlegen, oben auf der Titelzeile, also auf den Spaltenbeschreibungen, ein Filter und kann dann bei dem Jahr alles deaktivieren und nur 2019 wählen. Ähnliches macht man mit dem Code, dem Ländercode. Der ist freundlicherweise dabei. Das ist der ISO-Code, internationale ISO-Code für alle Länder. Da müssen wir eigentlich nur eins machen, nämlich Welt gesamt abwählen in dem Filter. Sprich OWID unterstrich WRL. Sonst haben wir nämlich die Daten für die gesamte Welt auch mit da drin. So, wenn wir das gemacht haben, dann haben wir eine sehr viel einfachere und kürzere Tabelle, nämlich für alle Länder, für die es einen ISO-Code gibt, nur fürs Jahr 2019. Was sich jetzt anbietet ist, das auch noch zu sortieren nach dem Code. Dann haben wir das direkt alphabetisch nach dem Ländercode sortiert. Und was ich dann gerne mache, ist, ich kopiere mir jetzt diese Tabelle, die ja eigentlich ein Auszug ist aus einer viel größeren. Ich markiere mir das alles, was mich interessiert, also da eigentlich alles und kopiere mir das in ein neues Tabellenblatt. Dann habe ich das da quasi als Auszug da liegen und nicht die ganzen restlichen, im Übrigen für mich jetzt nicht interessanten Jahre und anderen Dinge da drin. So, damit ist der erste Schritt schon gemacht für die Emissionsdaten. Jetzt schauen wir uns die Daten vom Weltrisikoindex mal an. Netterweise können wir die direkt in Excel öffnen. Das ist eine Excel-Datei. Und sehen auch hier freundlich, der ISO-Code ist mit angegeben. Sortieren auch hier einmal nach dem ISO-Code von A bis Z. Jetzt suchen wir uns die Spalten raus, die uns interessieren. Für mich war das, um nochmal Kontrolle über den Ländernamen zu haben, der Ländername, wo mir aus hier auch in Deutsch der ISO-Code und der Weltrisikoindex selber. Die ganzen einzelnen Teile des Index habe ich erstmal draußen gelassen, habe also hier in Excel die Spalten C bis E markiert und habe mir die rüberkopiert in meine andere Excel-Tabelle, wo ich die bereinigte Tabelle mit den Emissionsdaten drin habe. Jetzt kopieren wir das genau daneben und sehen, die Tabelle mit den Emissionsdaten ist sehr viel länger. Da sind nämlich doch eine ganze Menge Länder mit dabei, die in der Tabelle mit dem Weltrisikoindex nicht dabei sind. Man kann das jetzt beheben mit Technik, beispielsweise mit der Excel-Funktion V-Lookup oder V-Lookup oder in einem Datenbanksystem oder man kann sich die Arbeit machen, das händisch zu tun. Ich habe das händisch gemacht. Das dauert vielleicht 15 bis 20 Minuten, wenn man konzentriert und fix arbeitet. Das ist nicht die Welt. Ich habe also immer die ersten vier Spalten, also die Emissionsdaten markiert und habe da immer eine Zeile gelöscht, wenn die überzählig war, sodass ich am Ende die beiden Tabellen genau nebeneinander stehen habe und sehen kann, der ISO-Code aus der Emissionsdaten-Tabelle und der ISO-Code aus der Weltrisiko-Tabelle stimmt überein. So, wenn man das alles gemacht hat, dann hat man am Ende eine Tabelle, die tatsächlich nur noch die 181 Zeilen hat, genau für die Länder, die in beiden Datensätzen vorhanden sind. Jetzt kann man die nicht benötigten Spalten löschen, also den deutschen Namen, eine von den ISO-Bezeichnungen, die braucht man jetzt ja nicht mehr, und die fertige Datei speichern. Dann haben wir das im Prinzip als fertigen Datensatz, den wir jetzt für die Erstellung der Grafik verwenden können. Dann kommen wir zum vierten und eigentlich schon letzten Schritt, das Erstellen des Diagramms selber. Dafür markiere ich die beiden Spalten, in denen die für mich relevanten Daten jetzt drin sind. Einmal ist das die Spalte Share of Global Cumulative Carbon Emissions, also die Emissionen, und einmal den Weltrisikoindex. Ich markiere diese Spalten also und dann gehe ich auf Hinzufügen Diagramm XY und zack, steht schon mein Diagramm da. Das hat jetzt noch einige kleinere Schönheitsfehler. Der größte ist vielleicht, dass der Anteil an den globalen Emissionen so stark unterschiedlich verteilt ist. Wir haben also ganz viele, die einen sehr, sehr geringen Anteil haben, dass sich das so ein bisschen an der Nulllinie fast schon knubbelt. Deshalb habe ich die X-Achse hier logarithmisch skaliert. Das ist relativ einfach. Da kann man unten auf die Achse klicken, dann auf die Eigenschaften gehen und sagen, ich möchte eine logarithmische Skalierung haben. Jetzt schneidet dann die Y-Achse ärgerlicherweise in der Mitte des Diagramms. Auch das kann man verschieben und beheben, indem man den Schnittpunkt von automatisch auf manuell setzt. So, dann haben wir eigentlich schon das Diagramm im Großen und Ganzen da stehen. Jetzt fehlen noch Achsenbeschriftungen. Also gehe ich auf Hinzufügen von Achsenbeschriftung X, Achsenbeschriftung Y und zum Titel und kann ganz am Schluss, wenn ich das Diagramm nicht so nackt haben möchte, noch Datenpunkte hervorheben. Ich kann also auf einzelne Datenpunkte gehen, klicke da drauf, gehe mit der rechten Maustaste da drauf, gehe auf die Eigenschaften, kann die farblich hervorheben, kann die größer machen mit einer fetten Umrandung, wie auch immer, was ich möchte und kann dann auch eine Datenbeschriftung hinzufügen. Im Normalfall erscheint dann hier einer der Werte. Wenn ich da doppelt klicke, kann ich da noch einen Ländernamen schreiben. Die Ländernamen muss ich mir natürlich raussuchen. Das ist in Excel nicht trivial, dafür ist es nicht ganz so gut geeignet, aber das reicht, um so ein Diagramm zu machen, hervorragend aus. Und man kann, wenn man das ein- oder zweimal gemacht hat und so ein bisschen Sicherheit da hat, innerhalb von 20 Minuten so ein Diagramm erstellen. Hier heißt es ausnahmsweise nicht, don't try this at home. Machen Sie das mal, versuchen Sie das, so eine Abbildung mal zu erstellen. Gerne mit genau den gleichen Daten und klicken Sie sich dadurch, suchen Sie sich andere Daten raus, die für Sie interessant sind, aus dem Bereich Klima, aus jedem anderen Bereich, der für Sie interessant ist und versuchen Sie sich mal an so einer Abbildung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.